Frühstück ist Nachtisch, also so Mousse, Stratatella oder Vanilleputting, ein Kaffee und unterdags gibt es drei Missenregeln. Das ist das Abnehmprogramm, Vorsprungbau. Vamo, vamo! Die wichtigste Sache ist, dass wir vorsichtig sein müssen. Jeder hilft uns zurück. Ich habe Kinder zu Hause, die mich wieder sehen wollen. Du hast eine schöne Frau zu Hause. Ich habe eine schöne Frau zu Hause. Du hast auch Kinder und du hast nichts. Die sind jetzt voll geschafft. Das ist schon cool. Mit dem Klemmblock. Es läuft wahnsinnig gut. Es ist super. Vor allem der Dani hat es super gespurt, wie eine Maschine. Das erste Mal auf der Westseite. Es ist so imposant. Aber streng mit so schweren Rucksäcke. Wirklich streng. Ja. Es hat so einen Beinwagplatz. Ein bisschen hintereinander auf diesem Grätchen oben. Sieht nicht so schlecht aus. Du bist ein guter Kommentator. Heute ist es recht gut vorwärts gegangen. Wir sind aber nicht ganz so hoch, wenn wir wollten. Ich weiss gar nicht wieso. Es war einfach streng. Moni war definitiv das Ziel, auf den Serotoren zu kommen. Sonst wird es ziemlich eng, denke ich. Thomas, kannst du mal einen Schritt wegstehen? Dann sieht man die Berge. Danke. Abnormal, oder? Thomas ist gerade am Klettern. Er ist gerade unter der Headwall. Öd Rinne. Cool. Här in. Etwa die Stöte! Wir sehen was da. Das ist ein großer Teil. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Jetzt sind wir unterwegs im Passo Marconi. Ja, gut. 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 Wuh! Wuh!